Maria Adam hat in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit ein Ernährungsprogramm nach Hildegard von Bingen erstellt, das gesundheitsfördernd und zugleich gesundheitserhaltend wirkt. Zu den Rohstoffen zählen neben Urdinkel ausgesuchtes Obst und Gemüse. Alles wird mit qualitativ hochwertigen Kräutern und Gewürzen veredelt. Mit dem Kauf einer Bioproduktionsstätte verwirklichte sich Maria Adam schließlich ihren Traum vom eigenen Betrieb. Den Anstoß für ihre heutige Arbeit gab eine Vortragsreihe von Dr. Herzga, dem Wiederentdecker von Hildegards Wissen. Maria Adams suchte nach Wegen, die Weisheiten der Hildegard von Bingen zu verwirklichen. Mit dieser visionären Motivation studierte Maria Adam mehrere Jahre lang die Physiker, die Heilkraft der Natur und die Säftelehre der Hildegard von Bingen. So entstanden viele Rezepturen, vom Frühstück bis zum Abendessen. Darüber hinaus Einreibungen, Öle, Salben und Tropfen. In Kochkursen zeigt Maria Adam den Teilnehmern, dass die Zubereitung von Speisen nach Hildegard von Bingen im Alltag einfach umsetzbar ist und schmeckt. Wie kamst du zu Hildegard von Bingen? Ja, ich habe 1980, 81 ein Buch von Herrn Dr. Gottfried Herzga bekommen und das hat mich dann nie mehr losgelassen. Was gab dir die Idee zu einer eigenen Produktionsstätte? Ja, nach jahrelanger Forschungsarbeit wusste ich, ich kann nur durch die eigene Produktion die Reinheit der Produkte erreichen. Wie kann eine Familie nach Hildegard von Bingen erfolgreich bekocht werden? Ja, ich mache ja auch Kochkurse und bin draufgekommen, dass es ja diese Produkte schnell, gut und gesund noch nicht gegeben hat. Dadurch habe ich eine ganze Reihe an Produkten entwickelt, wo jede Frau, wenn sie am Abend heimkommt und für die Familie kochen muss, schnell, gut und gesund ein Gericht herstellen kann. Unter strenger Kontrolle werden in den Produktionsstätten am Hildegardhof diese allergiefreien Naturprodukte liebevoll produziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017